KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Heute Morgen kam es auf der B9 in Höhe Bellheim zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Vorausgegangen war ein Unfall auf der Auffahrt Bellheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In dem sich bildenden Rückstau kollidierten dann kurze Zeit später drei Pkw aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand, wie die Polizei angibt. Die B9 musste in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Bei dem Einsatz waren eine Vielzahl von Rettungskräften, Feuerwehr, des Rettungsdienstes und die Polizei im Einsatz.